Mit neuen Materialien und Lösungen leistet BASF einen wichtigen Beitrag zu branchenübergreifendem, nachhaltigem Wandel. Um Innovation schnell zu identifizieren, zu testen und zu implementieren, haben wir für uns das Co-Creation-Modell entwickelt. Dieses Open Innovation-Konzept baut auf einem breit gefächerten Ökosystem von Partnern aus Akademie bis Industrie auf. Dazu zählt besonders das NEST. NEST ist die Bau- und Innovationsplattform der EMPA und der REAWAG, wo wir gemeinsam mit Partnern aus Forschung und Industrie neue Lösungen für die Bauwirtschaft erarbeiten. Im Falle von STEP2 kam die Projektinitiative von unserem Hauptpartner BASF. Und mit BASF kam auch eine industrielle und ganz klar ergebnisgetriebene Sichtweise ins Projekt. Ihr zentrales Credo für die UNIT lautete, konsequente Entwicklung entlang der Wertschöpfungskette. Das heisst, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir schwerpunktmässig solche Lösungsansätze vorantreiben, die wir auch als direkt marktfähig beurteilen. In der Folge haben wir in den verschiedenen Innovationsbereichen gemeinsam mit den weiteren Projektpartnern konkrete Business Cases entworfen. Diese haben wir dann anhand des realen Bauprojekts konsequent ausentwickelt. Und wie man jetzt in der UNIT sehen kann, haben wir dabei einige wirklich spannende Lösungen realisiert. Die Bauindustrie ist heute in diversen Technologie- und Themenbereichen gefordert. Bei STEP2 haben wir uns vor allem auf drei Bereiche konzentriert. Erstens die digitale Fertigung, insbesondere der 3D-Druck. Zweitens die Gebäudehülle. Und drittens das Gebäudeenergiekonzept. Co-Creation in der Praxis erfordert engste Zusammenarbeit der Projektbeteiligten von der Konzeption bis zur Umsetzung. Es wird gezielt nach Partnern gesucht, die selbst neue Bauprozesse entwickeln, die mit unserem Ziel der ökologischen Nachhaltigkeit übereinstimmen. Um noch früher gemeinsam in den Planungsprozess zu starten, greifen wir Ansätze der integrierten Projektabwicklung auf und erweitern sie zu einem Ansatz, den wir integrierte Architekturentwicklung nennen. Bereits in der Konzeption bringen wir alle Beteiligten zusammen, bevor der erste Strich gezeichnet wird. In der integrierten Architekturentwicklung werden die klassischen Entwurfsfragen zusammen mit den Innovationspartnern entwickelt. Innovationsobjekte sind neue Planungsprozesse oder Bauprodukte, die an der Schwelle zur Markteinführung stehen. Die Step2-Decke ist eine nachhaltige CO2-optimierte Lösung für Betondecken. Die Decke enthält Zusatzfunktionen für eine bessere Raumakustik und Energiespeicherung. Die Wendeltreppe Cadenza ist ein Beispiel dafür, wie mit einem durchgängigen, digitalen Prozess große Gestaltungsfreiheit bei gleichzeitig minimalem Ressourcenverbrauch realisiert werden kann. Die Fassade vereint eine breite Palette an Innovationen. Diese reichen von nachhaltigen Betriebslösungen für Closed Cavity-Fassaden bis hin zu neuen Ansätzen für die Lüftung und den Sonnenschutz. Das Zusammenspiel aller Innovationen basiert auf einem Energiekonzept, das die Gesamtenergiebilanz von Step2 simuliert, optimiert und später im Betrieb überprüft. Der Weg zum eigentlichen Bau der Unit war voller Überraschungen und spannender Erfahrungen. Der von uns gewählte Co-Creation-Ansatz erwies sich letztendlich als sehr effektiv und agil. Vorausgesetzt, alle Partner haben eine gemeinsame Vision und die Kommunikation ist transparent. Der wichtigste Aspekt unseres Vorgehens war, dass nachhaltige Lösungen direkt und live mit Experten auf jeder Stufe der Wertschöpfungskette validiert werden können. Das bringt einen Realitätscheck, der von unschätzbarem Wert ist. Wir stehen heute global vor komplexen Herausforderungen. Ganzheitliche und effiziente Lösungen sind je länger, je mehr nur dann wirklich möglich, wenn Spezialisten aus diversen Kompetenzbereichen zusammenarbeiten. Dies gilt aufgrund seiner Grösse und den entsprechenden Konsequenzen insbesondere für den Bausektor. In Step 2 hat dieser Co-Creation-Ansatz Lösungen hervorgebracht, die in konventionell geführten Bauprojekten kaum in diesem Umfang und dieser Qualität hätten realisiert werden können. In Step 2